Falle nicht entschärft. Ich hab doch jetzt ein Dingsen. Meisterdibes-Trank getrunken. Okay. Hab ich den umsonst getrunken. Autosave. Gehen wir nach unten. Das heißt... Ich bin gerne zu Diensten. Sie kassiert einfach mal. Ein paar Feuerpfeile, oder? Was ist das für ein Bogen? Bogen des Elfenhofs plus 3. Das wäre ein Fernkampfbogen. Kann aber nicht von Dieben benutzt werden. Den hätte ich Minz geben können. Mit guten Pfeilen hätte er auf den Golem einfach schießen können. Das wäre einfacher gegangen. Das Amulett. Kannst du das identifizieren? Nein. Schildamulett. Der Anwender... Er hat die doppelte Wirkung des Magie-Zauber-Schilds. Gut. Das kriegst du einfach mal durch. Ja, hier. Ein paar Sachen zum Identifizieren haben wir dann noch. Der Bogen wäre halt wirklich nicht schlecht. Attribute. Achso, dann kann ich den Pfeil wechseln. Hat Minz überhaupt... Langbogen hat er plus 2. Ja, das würde gehen. Das würde auch ein bisschen dafür sprechen, dass wir Minz mit einem 2 hinterlassen. Aber... Das sehen wir dann. Ein bisschen Gold. Okay. Pfeile. Überletzungspfeile. Säure und wieder Feuer. Du hast noch Munition. Wir haben eh keine Munition mehr dann für dich. Ja, wenn ihr es wollt. Gut. Fragt nur, natürlich. Das müsste, glaube ich, sogar schon der Raum... Nein, der ist voller Trolle. Okay. Okay. Ein Spektral-Troll. Okay. Buffen wir mal ein bisschen. Und dann den letzten Troll. Das ist genau das, was jetzt machen wir. Andere hätten wir nicht gute Taten verbringst. So. Troll ist tot. Wir heilen. Ein bisschen mit Leichtenheit. So. So. Die Stärkeren werden wir nämlich dann demnächst brauchen. Okay. Das hier war zum Glück nur ein Raum voll mit Trollen. Ich versuche immer mein Bestes. In Anführungszeichen. Da ist unsere Jungfrau war Geld drin. Und in der war nichts drin. Okay. Ja. Ich bin das Vögelchen gezwitscht, weil dadurch, dass sie verwirrt ist. Das ist recht lustig. Jetzt spackt sie da in der Ecke rum. Ich bin bereit. Die Erdkolosse. Die Erdkolosse. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Meine guten Freunde, die Erdkolosse. Wie kann ich am nützlichsten sein? Indem du die Gruppe buffst. Ich warte auf euren Befehl. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Noch eine Stärkung für Minsk. Und noch ein göttliches Ding für Thalysa. Und von mir aus noch die Verteidigungskoordination. So, das war der Erste. Okay. 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 Ich bin bereit. Das war Minsk. Und ja, jetzt seht ihr, warum ich mich gebufft habe. Wie blöd. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Das wollte ich nicht. Ja. So. Ich will den angreifen. Okay. Du heilst dich selber. Ihr zwei guckt, dass ihr den schnell um den Haufen ballert. So. Das ist nicht das, was ich dir gedacht hatte. Nein. Blöde Wegfindung manchmal. Gut. Also nochmal das Ganze. Ihr zeigt mir, wohin und ich schlage zu. Du steinhaut mal. Ich versuche sie mal anzupissen. Ja gut. Den einen. So. Ja, was immer ihr wünscht. So, da kommen sie ja. So, habe ich noch Machtwort Schlaf? Das wird wahrscheinlich nur nichts bringen. Ich bin zu allem bereit. Oder hatte ich es ihr gegeben? Nein. Oh, sie kann sich noch doppelt machen. Na. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten wollten. Fragt nur, wenn es das ist, was wir wollen. So, einer ist noch übrig. Nicht den Nahkämpfer den Weg versperren. Das ist auch nicht so töfte. Und dich beim verwirrten Keldon stehen bleiben. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Einfach fragen und ich handeln. Oh, das ist auch nicht schön, wenn die sich gegenseitig prügeln. Na komm, ich habe Magie Bann. Und es ist eh nichts mehr auf uns gewirkt, wirklich. Nur auf ihn ist Gedankenshit gewirkt. Ah ja. Gut, das waren die... ...netten, freundlichen Erdkolosse. War doch etwas angenehmer... ...als der Eisenbolem. Oh, diesmal habe ich nicht mal göttliche Macht benutzt. So, wir sind alle geheilt. Das heißt, wir können... ...gucken, ob hier noch Fallen sind. Weil jeder von diesen Erdkolossen hat uns auch nochmal ordentlich Erfahrungspunkte gebracht. Denke ich mal, oder? Ja, 4000 pro Erdkoloss. Kugeln, noch mehr Kugeln. Ah, einen Ring. Kugeln packe ich mal zu dir. Wie kann ich helfen? Ich bin gerne zu Diensten. So. Wurffeile. Wurffeile.